Sind wir zurück im Bullenmarkt oder sind wir demnächst eine grössere Korrektur? Das ist aktuell die Frage. Und was ist ein Bullenmarkt? Für gewisse Anleger ist es eine 20% Marktsteigerung, andere sagen ab 50%. Andere, wie ich zum Beispiel, die eben mit den Konjunkturdaten schaffen und sagen, hey, aus der Weitblickperspektive, wie eben aus dem Monflit-Chart, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da muss man einige Candles abwarten, um sagen zu können, okay, wir sind zurück im Bullenmarkt. Aber wir gehen ab in die Chartanalyse. Heute schauen wir uns Ethereum und natürlich Bitcoin an. Bleibt also dran, lasst keinen Daumen da. Wir legen das ab los. Wir starten mit dem aktuellen Daily Chart von Bitcoin. Wir sind immer noch im Boarding. Was ganz spannend ist, wir testen natürlich die obere Trendlinie öfters an als die untere. Das hat natürlich schon ein gewisses Indiz. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir sehen auch vom Volumenprofil, dass wir hier oben eigentlich aktuell gar keinen Widerstand haben. Das ist strategisch gar nicht mal so blöd von den Bären, muss man ehrlicherweise sagen. Ihr könnt ja sicher den Spruch, ins Messer laufen lassen. Das ist sehr, sehr interessant und spannend. Aktuell haben wir die R1 durchbrochen. Warten jetzt hier nochmal, schauen gegebenenfalls nochmal für den Daily, wo hätten wir nochmal eine R2, die wir definieren könnten. Das wäre ein bisschen knapp. Hier wäre schon eher eine R2 möglich. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Die nehmen wir auch gerne gleich. Das wäre nämlich hier ab diesem Bereich. Da hätten wir nochmal einen etwas grösseren Widerstand, den nehmen wir mit. Das wäre dann bei 30.000 Dollar und 750 Plus Minus. Da wäre ungefähr die R2 aus dem Daily heraus. Wir wollen aber ein bisschen mehr Fleisch am Knochen haben. Deshalb gehen wir hier in den 4-Stunden-Chart, wo wir uns ja dementsprechend schon sehr gut aufgebaut haben. Wir haben auch oberhalb der Feed Speed Diagonalen von 25er Winkel, was immer so ein sehr bullisches Zeichen ist. Was wir jetzt definitiv wegnehmen dürfen, wir hatten ja unsere Ascending-Changle angezeigt. Ich habe euch auch gesagt, im Video von gestern, es ist eher ein Ascending als ein Rising. Aus diesem Grund nehmen wir diese Linie weg. Diese dünne Linie, die ihr hier seht, haben wir hier durchbrochen, haben unser erstes Target abgeholt, konnten schon schön Gewinne realisieren. Sind jetzt auch hier, hier haben wir die R2, somit müssen wir hier eigentlich die R3 beschriften. Im 4-Stunden-Chart. Das Target hier oben ist noch nicht ganz erreicht. Es fehlt uns da noch ganz, ganz wenig Preisanstieg, damit wir den noch schaffen können. Also aus dem aktuellen Bereich hoch, noch mal knapp 2,4%. Dann hätten wir das Target vom Ascending-Changle erreicht. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert. Also wir können jetzt hier diese Targets noch mal neu positionieren. Das werden wir gemeinsam tun. Das bullische 0,5 können wir wegnehmen. Das haben wir durchbrochen. Sind also hier schön nach oben ausgebrochen. Und den hier nehmen wir weg, denn das wäre für das Rising Badge gewesen. So, wo wir jetzt ein bisschen aufpassen können, wäre zum Beispiel jetzt hier einen diagonalen Trendkanal. Auch der wäre natürlich dann ein Ausbruch nach unten, eher möglich als nach oben. Aber wir gehen hier Step for Step vor. So, Ascending abgejagt, haben wir geschafft. Jetzt wäre es für uns natürlich wichtig zu schauen, okay, wo geht denn die nächste Reise hin? Und die kleine, und das ist tatsächlich eher eine kleinere Korrekturphase, die hätten wir hier. Hier wäre das 0,5 auf, ich setze es mal hier auf dieses Niveau, bei 29.440. Aktuell traden wir bei ziemlich genau 30.000 Dollar. Also Rücklauf auf das mögliche Pullback vom 0,5 wäre also gar nicht mal so unüblich. Da reden wir von 500 Dollar. Das ist gar nicht mal so viel. Bevor wir jetzt aber hier die Entscheidung anschauen, sehen wir die RSI hier schon im übergekauften Markt. Aber die MICD, die Kurzwege, auch die langfristigen, haben immer noch relativ starken Drang nach oben. Da sehen wir noch keine wirkliche Abflachung oder Abschwächung. Hingegen hier die erste rote Candle im Volumenprofil, die sehen wir bereits. Also da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Dann wäre nämlich das Target hier auf diesem Niveau der oberen Trendlinie, respektive des damaligen Widerstands des Sending Triangles. Also ein Preisrückgang auf 29.000 bis 28.700 Dollar wäre machbar, sofern wir hier kein Pullback sehen, sondern eher einen Schlag nach unten. Das wäre dann das Target hier hinauf. Wir haben dann auch noch einen übergeordneten Bereich. Auch den nehmen wir natürlich gerne mal in unser Radar mit auf, damit wir da auch dementsprechend gut vorbereitet sind. Das Untertitel wäre dann bei 27.000 bis 26.700 Dollar. Das wären die Bereiche, wo wir Chancen hätten, zurückzufallen. So, da haben wir mal gut gearbeitet, gut vorbereitet. Ist natürlich auch möglich, dass wir hier jetzt eben nochmal zur oberen Trendlinie kommen. Dann hätten wir das Sending Triangle abgearbeitet. Dann hätten wir das Target. Wäre also dann auch gut. Wäre auch plus minus auf der R2, was wir hier haben. Oder besser gesagt die R3. Die ist ziemlich genau hier auf unserem Target. Ist wieder interessant. Die Hult haben wir aus dem Daily rausgeholt. Der Target von Sending würde also perfekt passen hier in diese Range hinein. Bin da sehr, sehr gespannt, ob wir den natürlich dann auch dementsprechend nochmal anlaufen werden. Oder eben, wir gehen zurück und erst dann hoch. Oder wir fallen runter und brechen ein. Das ist natürlich möglich. Bullish gesehen hätte man aktuell noch keinen Ding. Ich brauche nochmal ein tieferes Tief, um ein bullisches Target aus der Trend basierenden Fibonacci einzuholen. Natürlich gibt es noch einen übergeordneten Bereich. Da sind wir noch hier zwischen 35.000 und 36.000 Dollar. Den haben wir schon etwas länger auf dem Radar. Auch der ist natürlich noch möglich anzulaufen. Da warten wir aber nochmal ab. Ansonsten kann man sagen, das dürfen wir mitnehmen. Das sieht dementsprechend interessant aus. Und haben uns dementsprechend auch gut vorbereitet. Nochmal zu sagen, wir haben keinen grossen Widerstand oberhalb. Kann strategisch sein von den Bären, dass sie jetzt erstmal die Bullen laufen lassen und dann zurückschlagen. Wenn es niemand damit rechnet, wird es also sehr interessant. Und man darf nicht vergessen, auch morgen mit den Inflationsdaten, die werden natürlich nochmal etwas spannender. Dann Ethereum. Aktuell traden wir bei Ethereum bei 1.900 Dollar. 19.000 wäre schön. Ja, da haben wir aktuell unser bullisches Target hier. Also da fehlt noch etwas. Wir stehen auch hier wieder an der R1. Also die R1 testen wir jetzt hier. Wir hatten sie damals angetestet, runtergekommen. Damit sind wir hier bereits schon wieder dran. Das wird natürlich schwieriger. Das ist das 12-Tages-Chart. Ganz wichtig. Da haben wir natürlich noch ein bisschen Luft nach oben. Bis 2.060 Dollar. Um das abzuarbeiten, sollte das nicht klappen, dann bleiben diese Targets hier unten. Also diese 1.250 bis 1.100 Dollar, die stehen da. Sollte es keinen Bullback geben beim 0,5er. Das 0,5er ist bei 1.630 Dollar. Im 4-Chun-Chart sieht das wie folgt aus. Wir sind weiterhin im Rising. Und da muss ich jetzt sagen, Freunde, sehr interessant. Denn viele sagen in den Medien, ja, also, da wird weiterhin Ethereum outperformen Bitcoin. Aber eigentlich sieht es aktuell eher umgekehrt aus, dass Bitcoin Ethereum outperformen. Bitcoin, ich habe es vorher gesagt, da haben wir die obere Trendlinie öfters angetestet als die untere. Bei Ethereum ist es umgekehrt. Hier testen wir die untere Performance viel, viel mehr an. Und da stellt sich natürlich berechtigerweise die Frage, ist es richtig, werden wir runterfallen, ja oder nein. Und wenn man nach der Trend-basierten Fibonacci geht, muss man sagen, okay, es hat sich etwas verschoben nach oben. Also das 0,5er liegt bei 1.879 Dollar. Und unser erstes Target hier, das liegt eigentlich zwischen, kann man hier fast nicht sehen, muss ich hier kurz das Volumenprofil wegnehmen. Das liegt zwischen 1.855 Dollar und 1.836 Dollar. Etwas tiefer dann, passend zu unserem Ausbruchsniveau vom Rising Wedge, wäre dann bei 1.737 bis 1.718 Dollar. Das wäre aktuell Ethereum. Die Möglichkeit steht also bestehen. Der obere Bereich hier wäre dann aktuell in diesem Bereich, also bedeutet so bei 1.980 maximal 2.000 Dollar. Das wäre dann für uns schon die etwas obere Grenze. Wenn man hier jetzt nochmal prüft, hier hätte ich einen relativ starken Support, den können wir gerne noch mitnehmen. Das wäre zum Beispiel ein sehr guter Support für die S1. Und wir hätten hier oben aktuell ziemlich genau, da wo wir stehen, müssen wir nochmals mit der Vergangenheit ein bisschen matchen, zum schauen, ob das passt, ja oder nein. Das sehen wir hier relativ gut. Ja, wäre aktuell gar nicht mal so schlecht. Wenn man sich das ein bisschen anschaut, hätten wir definitiv aktuell eigentlich so ein bisschen unsere R1 erreicht. Also aktuell ist das hier definitiv bei Ferium bei einer R1. Also lassen wir das auch gerne stehen. Das bleibt also bei 1.920 Dollar unser Widerstand. Und jetzt mal schauen, wie sich das Ganze hier weiter entwickelt. Auch hier, ähnlich wie bei Bitcoin, wir sind übergekauft, lauter RSI. Wir sehen hier noch keine wirkliche Abschwächung, trotz der roten Candle, die wir hier haben, die hinter diesem Newsplitz hinter dran liegt. Wir haben Bullish & Cross gesehen. Auf der Bullish-Seite von der Langfrist-Grenme-CD, das bedeutet kein grossartiger Schlag, maximal irgendwie vielleicht noch ein kleines Higher High. In dieser Sequenz, diese Sequenz, die wir hier sehen, das ist unsere Sequenz. Wenn die natürlich dann nochmal auf Widerstand trifft, fallen wir nochmal runter. Wir spitzen uns weiter zu. Auch das zeigt einen möglichen weiteren Abverkauf an. Ja, dann haben wir noch Ripple. Ripple im Daily, schauen wir uns an. Wir haben ja unser Target hier erreicht und abgearbeitet. Das können wir wegnehmen, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Respektive, auch hier sollte man etwas Neues einzeichnen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Wir haben hier ein neues Higher High. Wir haben hier ein neues Lower Low. Das bedeutet, wir sollten mit dem Lower Low, es gibt jetzt eine übergeordnete und ein bisschen filetiertere Variante. Wir nehmen aber dieses Lower Low, gehen hoch zum HRI, ziehen es runter auf das letzte Lower Low und dann haben wir hier oben ein bullisches 0,5. Das wäre dann bei ziemlich genau 57 Cent. Das wäre für uns natürlich dementsprechend wichtig. Und wir haben hier oben nochmals eine Box, die hat sich ein bisschen verändert. Das ist noch die übergeordnete, die nehmen wir aber mal mit. Wir nehmen diese Box, passen sie an. Wir sehen, hier oben haben wir eine R1, also einen Resistance, einen Widerstand zwischen 64 Cent und 68 Cent. Wird also spannend, sollten wir hier hochkommen. Wir erleben ein Pullback, dann fallen wir zurück auf die S1 bei 48 Cent. Oder eben, wir durchbrechen diese und kommen dann langfristig wieder nach oben. Ich sehe gerade, ich habe aus Versehen die falsche Linie erwischt. Hier, das Pullback wäre bei ziemlich genau 60 Cent. Ziemlich genau bei 60 Cent wäre das bullische 0,5. Das lassen wir so mal stehen, wie das aussieht. Wir sehen auch, dass sich hier in der kurzfristigen Nämmerweise die einen bullischen Cross androht. Aber auch der auf der bullischen Seite, hier wäre eher eine Korrektur angebracht gewesen von der langfristigen. Somit fehlt uns immer noch eine Möglichkeit für ein bärisches Target. Wir sind hier in der übergekauften Zone. Somit brauche ich zwingend eine Möglichkeit für ein bärisches Target. Also auch das müssen wir mitnehmen. Somit schauen wir uns das an. Wir hatten hier ein High, gehen hier zum Low, gehen hier zum High. Dann haben wir hier das übergeordnete bärische Target. Das haben wir abgearbeitet. Das bedeutet, wir haben nur das übergeordnete. Das übergeordnete wäre dann zwischen 42 und 43 Dollar Cent. Was wir noch mitnehmen können, wäre noch eine 0,5er für uns. Das wäre auch hier, dass wir noch mal ein bisschen hinsetzen können. Hier wäre das bärische 0,5er. Da sind wir aktuell ja drunter. Macht keinen Sinn, lassen wir stehen. Das macht definitiv gar keinen Sinn. Das würde nur verwirren. Wir haben jetzt das übergeordnete und das untergeordnete bärische Target. Beide nehmen wir mit. Lassen das so stehen. Und sind dementsprechend wieder top vorbereitet für diese Woche. Denkt daran, diese Woche kann volatil werden. Das wird noch mal speziell. Ich persönlich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Was ist eure Meinung? Werden die Inflationsdaten dafür sorgen, dass es keine Zinsanstiege mehr gibt, sondern die FED wird eine Pause machen? Was ist eure Einschätzung? Schreibt es unten in die Kommentare. Würde mich beendet, dass ihr sagt Tschüss aus der Schweiz. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.